Zeig mal, willst du zeigen, wie das jetzt gerade aussieht? Ja, wir können nicht so weit... Warte mal! Ich habe einfach das eine Kabel rausgezogen, was da war. Könntest du mal zeigen, wie wunderschön es gerade bei uns aussieht? Ja, so sieht es gerade bei uns aus, Chat. Oder warte mal, machen wir mal so. Und dann holen wir es erstmal hier. Dann muss jetzt durch. Wie machen wir das? Wir heben es an. Oh, ist das schwer! Wie kommen wir gar nicht... Über die Couch heben. Wie kommen wir da nicht durch? Ja, dann so. Dann so. Dann gehen wir hier auch so um. Wir gehen auch so um. Pass auf, hier liegen super viele Sachen. Nicht fein. Okay? Abstellen, abstellen, abstellen. Ah, meine Hand. Guck mal. Schmerzlos. Schmerzen vergehen, was bleibt, ist der Schrank. Das muss man sich immer im Kopf behalten. Chat, hier ist übrigens noch mal unsere Küche. Die möchte ich euch noch mal kurz präsentieren. Hier kann man sehr, sehr, sehr lecker und kulinarisch kochen. Ich liebe es hier besonders. Mein Favorite ist der Mülleimer, den wir haben. Der ist wirklich mega cool. Warum ist die Wohnung so scheiße? Na ja, warte mal, Mann. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, diese Wohnung irgendwie schöner einzurichten. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe es nicht gemacht. Welcome oh. Vielen Dank.